sali mitten und ich begrüsse euch zu einer neuen folge von der forest ja ich habe jetzt offscreen die hütte fertig gebaut und ja dann gehen wir gleich mal hinein wir haben die ja schon mal gesehen in einer anderen folge habe ich hoffe ich komme sie hinein ist immer noch ein bisschen buggy aber eben können wir hier rausschauen und hier ist unsere schöne hütte da und ja dann laufen wir jetzt ein bisschen herum vermutlich baue ich noch ein bisschen hier was es gibt ja einiges neues was man immer noch wo ich bis jetzt noch nie gebaut habe und zwar zum beispiel so inneneinrichtungen sachen sind jetzt irgendwelche schränke gibt es jetzt irgendwie so das sind die fallen ja gut ich baue jetzt ich laufe jetzt ein bisschen herum sammeln noch ein wenig mehr zeugs ob ich überhaupt etwas auf sagen kann weiß ich gar nicht mehr ich habe glaube ich relativ viel schon gesammelt ja steine ist glaube ich voll es der auch batterien habe ich hier gefunden und der kassetten player mit einer kassette glaube ich sogar noch drin weiß gar nicht mehr er noch ein bisschen kräuter die große axt hier die habe ich jetzt bis jetzt fast nie verwendet schädel ja alkohol komm ich baue jetzt ein bisschen noch was hier und zwar eine eine falle für die kaninchen die wollte ich schon immer bauen habe ich jetzt irgendwie nie gemacht und zwar hier so neben die hütte ich denke mal das sollte gut herauskommen 31 st ja gut da geht es jetzt nein eine weile darm bis ich hier also auf gesammelt habe ob glaube ich gerade ein vogel erwischt hat jedenfalls so knackt ja das war auch ein vogel ja was ich jetzt in dem gemerkt habe die 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 kleider hier werden ist jetzt habe ich beeren giftige beeren gegessen die kleid also die lumpen hier werden die ganze zeit durch bond also man hat sozusagen unendlich viele möglichkeiten hier weiß auch nicht warum das so ist so jetzt habe ich einen hasen auch so erwischt endlich mal da war glaube ich ein bisschen gelähmt ja so jetzt kommt es dann gleich wieder mit dem regen ja hier ein bisschen noch jetzt kann ich keine äste mehr aufsamen oder stäbe und da muss ich jetzt wieder mal ein paar ablegen bis gesagt hier und fertig bauen noch so jetzt noch elf so gehe ich mal wieder in diese richtung gibt es immer wieder am boden steine kann ich keine mehr aufnehmen hier mal ein paar wehren wieder natürlich bin ich immer wieder erschöpft jetzt habe ich glaube ich wieder giftige werden das ist immer so mies wenn die genau an dem zeug dran sind die ich eigentlich essen will oder einfach aufnehmen will so es wieder keinem kann keinem wieder aufnehmen dann wieder zurück immer zehn stück kann man aufnehmen und dann muss man wieder neu beginnen natürlich verhält jetzt eben genau eine warum die 31 genau sind weiß ich auch nicht so das sind glaube ich die letzten gewesen da habe ich noch ein paar am boden gelassen so dann ist die jetzt fertig ich hoffe die die wird dann schön eingesetzt hier ich glaube ich kann dann hier noch eine volle bauen was ein käfig sozusagen das ist ja die volle hier unten rapid trap und rap cage da kann man einfach die die man gefangen hat dann rausnehmen und dann in so ein käfig ich werde denke ich mal hier irgendwie ja ich mache hier glaube ich dann noch eine zweite hütte mit ein paar dinge so oder nähe hinten ich mache hinten etwas noch dazu ja der erste haus ist glaube ich gefangen worden ich weiß gar nicht ob ich hier ob da irgendetwas drauf ankommt wie man denn setzt ja komm ich setze jetzt irgendwie so hin ja ja dann bauche ich da wieder ist da irgend ein hase drin naja da ist er drin so herzig ich bin froh dass ich endlich mal ein paar folgen hintereinander aufnehmen kann ohne irgendwelche patches weil eben es ist schon ein bisschen nervig wenn man etwas am aufbauen ist und nachher wieder durch ein patch das ganze save game kaputt geht und meistens ist es halt einfach so dass mit ja auch wenn nur kleine ändern gemacht werden dass der dass das save game kaputt ist und einfach ja vor allem wenn änderungen grafiken gemacht werden oder einfach irgendwie also interface ja nicht gerade aber einfach lichteffekte und so zeugs wenn da etwas geändert wird kann es oft passieren dass einfach dann das ganze game sozusagen kaputt geht zum beispiel hier gibt es jetzt einen kleinen bug da ist eigentlich der ja das baufeld verschoben ja kann man nichts anderes sagen einfach verschoben hier leider ja ich denke mal die einen dinge machen dieses spiel aus solange man eben noch normal spielen kann habe ich nichts dagegen gegen ein paar kleine bugs oder kleine fehler weil eben mit dem jetzigen stamm muss ich sagen kann man schon sehr viel machen ich habe jetzt leider noch nicht so viel machen können oder besser gesagt noch nicht viel zeigen können so das ist jetzt der käfig da versuche ich jetzt mal hier das raus zu nehmen ist er jetzt schon rausgegangen also ein hause habe ich ja nicht gefangen ist er irgendwie wieder rausgekommen ja scheint so ja ich hoffe ich kann jetzt trotzdem noch ein paar fangen vielleicht habe ich die an einer blöden stelle gebaut habe ich dachte das wäre egal eigentlich ja egal baue ich jetzt noch etwas neues ein paar dinge hier noch eine bank vor der hütte wäre es noch etwas schönes hier eine bank noch ich hoffe ich setze die jetzt gerade richtig die habe ich einmal gebaut und habe es dann falsch gemacht gleich mal schauen dass sie glaube ich falsch aus moment ja ich versuche es jetzt mal sonst nicht so schlimm für mich jedenfalls ich hoffe für euch auch nicht ich will einfach mal ein paar dinge zeigen die man so bauen kann eben weil ich jetzt noch die gegner ausgeschaltet habe ja ich werde jetzt eben mal die ersten folgen hier wieder zeigen ein bisschen was man so bauen kann und dann mit der zeit immer mehr von der insel auch die die höhlen das ist auch ein paar ändern gegeben und ja so jetzt kann ich hier drauf sitzen aber ich habe es jetzt endlich mal richtig geschafft eine riesen challenge gewesen denn endlich mal richtig zu bauen also jetzt habe ich eher ein hasen drin und wie bekomme ich denn jetzt jetzt habe ich hier ein hasen an den ohren gepackt ich hoffe man sieht das jetzt da es ein bisschen dunkler ist und den hasen kann ich jetzt hier rein tun ich werde jetzt gleich mal die taschenlampe hier also ich kann jetzt den blenden das sieht mir noch sehr alleine aus hier ich werde ich hier mal die die falle wieder aktivieren irgendwie spinnt das noch vielleicht bin ich auch zu doof aber ich dachte man kann die einfach mit e wieder aktivieren ja irgendwie muss man eine bestimmte entfernung haben glaube ich sieht jedenfalls raus jetzt habe ich auch mal die taschenlampe und nicht das feuerzeug ich habe das gefühl das taschenlampe kann man nur eine zeit lang hier haben und dann mit sozusagen die batterie wieder leer oder irgendwie so keine ahnung ich war mal in einer höhle da habe ich die taschenlampe aktiviert gehabt und plötzlich war das licht weg der fühlt sich hier auch wohl glaube ich aber ich habe jetzt auch eine schöne hütte hier gebaut dann ist natürlich dass man sich hier wohl fühlt so dann werde ich hier noch eine flamme und eine fackel bauen äh wo sind die die sind klar nicht doch hier standing fire dann könnt ihr auch etwas sehen so kann ich gleich anzünden ja sieht schon mal noch etwas aus hier finde ich jedenfalls ich glaube es ist auch eine schöne stelle jetzt überall hat es ein bisschen ein paar hasen der will jetzt hier ist ich weiß gar nicht ob das jetzt automatisiert ist das einfach in die immer zeitlich mal die verfall hinunter fällt oder ob wirklich ein hause hinein laufen muss da werde ich jetzt mal hier ein bisschen weg gehen vielleicht kommt dann wieder ein hause hinein und ja was kann man hier sonst noch schönes bauen ich glaube ich bin noch ein bisschen ich weiß gar nicht ob das hier noch schon funktioniert boote haben wir hier ja effigies brauche ich jetzt gerade nicht die werde ich dann irgendwann später mal bauen plattform die fans ist bei custom floss was kann man hier noch alles was ist denn das kann man da ziehen oder wie also mit l ist es die linke maustaste gemein so kann man einfach ziehen und endlich lange es aussieht okay dann kann man verschiedene winkel ja das ist doch mal schön endlich mal etwas gescheites finde ich also das mit den vorherigen finde ich fand ich ein bisschen nervig aber ja da gibt es immer mal wieder etwas neues gibt sie noch eben die stein halt da genau das wollte ich mal sehen also bei storage gibt es jetzt ein paar neue dinge zwar waffenhalter gibt es noch snackbar medizin kasten sozusagen also wo man seine medizin drauf tun kann da werde ich hier glaube ich sozusagen eine zweite hütte bauen also nicht nicht wieder so eine grosse also eine spezielle sondern einfach wie so ein lagerhaus das werde ich hier glaube ich gerade mal anfangen so zuerst mal eine türe da habe ich jetzt die hütte dann werde ich hier ja gegenüber denke ich mal da gibt es jetzt gerade ein bisschen platz so ist halt wieder eine baufolge aber eben das spiel ist halt zum teil auch mit bauen verbunden und ich finde es jetzt selber nicht schlimm wenn man jetzt selber spielt und ich hoffe ihr auch nicht wenn ihr ein bisschen was sehen könnt wie das spiel aufgebaut ist finde ich es auch so richtig jetzt habe ich hier leider einen blöden baumstamm in der mitte aber sollte glaube ich ja geht halt der hindurch ich werde hier glaube ich noch ein fenster machen so so dann noch noch zwei wände ne kein boden so ja boden kommt ich weiß gar nicht ob der boden überhaupt geht hm ich denke mal nicht so dann noch die decke das haben die jetzt auch ein bisschen gescheiter gemacht finde ich also mit dem anhängen hier kaum habe ich es gesagt sehe ich das hier so dann habe ich jetzt hier eben diesen kasten oder einfach diese hütte und da werde ich das werde ich denke ich auch mal irgendwie dann offscreen oder vielleicht in der nächsten folge dann habe ich wollte eigentlich hier mal ein grundstück bauen und danach eben dies diese medizin kasten was ist jetzt los so jetzt hier an der wand wo es keine fenster hat denke ich mal habe ich denn jetzt hin ist überhaupt richtig angeordnet ja ich dachte denke schon so dann hier mal so dann snackbar noch ja dann haue ich mal ein paar bäume ich hoffe man sieht trotzdem noch etwas obwohl es sehr dunkel ist ja durch die fackel hier in der nähe ist es ja schon relativ hell oder ich denke mal ich gehe mal eine runde schlafen so gehe ich hier mal in die hütte hinein oder auch nicht dann wenn ich hier halt ist schon ein wenig heller und da werde ich auch gleich speichern so und hier kann ich auch etwas noch kommt noch kochen so okay so können auch eingesperrt werden hier wie es aussieht äh ja was ist jetzt los ja gut das wollte ich jetzt eigentlich nicht aber es sieht aus als hätte ich einen weiteren bug entdeckt äh ja tolle idee leider ich denke mal die hitbox des des lizard ist zu groß dass man eigentlich oder es ist gar nicht dafür gedacht gewesen dass man den rausnehmen kann aber ja leider ist die falle jetzt ineffektiv und jetzt habe ich es leider verpasst mit dem essen dann muss ich halt noch mal so einen neuen hier rauftun dann muss ich hier leider daran warten bis der fertig gehocht ist und ja dann kann ich wieder dann auch nachher ein paar licets einfangen weil ich hatte ja genug also ich hatte das maximum erreicht mit vier stück oder fünf stück waren es so jetzt warte ich hier leider ein bisschen also ich muss hier warten sagen wir es mal so nicht dass ich wieder meine eidechse hier verbrennen lasse so und habe ich hier jetzt wieder einen vollen magen volle energie also bin ich jetzt bereit um ein paar bäume zu fällen so der baum habe ich glaube ich schon mal ein bisschen angefangen in einer anderen folge oder war das vorhin weiß gar nicht eigentlich könnte ich die hütte auch mit irgendwelche cheats oder so fertig bauen aber ja ich hatte habe irgendwie zum teil zu viel angst das ist dann dass ich ihn die war etwas verkackt und dann ist alles auf ihren arsch gewesen sagen wir es mal so weil man weiß nie bei solchen spielen die die halt noch in der anfangsphase sind der produktion kann zum teil auch etwas passieren dass dann nicht dann durch cheats etwas versauen das will ich eben nicht jetzt habe ich hier schon mal angefangen jetzt habe ich ja schon zwei bäume also sollte genug stämme herum liegen für eine snackbar brauche ich acht stück wieder einmal erschöpft da ich einfach zu gerne renne so jetzt noch zwei stück ich habe das gefühl in letzter zeit also seit einem patch irgendwie ist es die ausdauer verringert worden also man kann ich nicht mehr so lange rennen eigentlich sollte es hier noch ein stamm haben denn der ich den ich vorhin irgendwie herum geworfen habe war da so kann ich hier glaube ich etwas hinlegen weiß gar nicht mit c was habe ich jetzt hier hingelegt snack collected snack was das wären flache also ich hoffe man sieht das irgendwie das ist also es gibt welche wie es aussieht also da ist einfach da ist einfach da ich jetzt keine snacks mehr habe also man kann hier seine seine riegel dahin einlegen aber die sind flach ich weiß nicht ob ihr die kennt aber es gibt in der schweiz gibt es die farmer oder auch ballista ja ballista sind ein bisschen breiter aber farmer sind relativ flach und das sieht irgendwie so etwas so nach dem aus ja die sind sogar noch flacher ja ich nehme die wieder auf hat jetzt nicht wirklich viel gebracht aber ich werde jetzt noch der medizin kassen diese folge hier noch bauen und ja dann werde ich glaube ich auch mal die folge dann beenden habe ich mal wieder ein bisschen was gebaut ja so der erste bar mir fällt schon mal dann der zweite der idee ist mir zu groß so hoffentlich liegt da jetzt dann gleich kann ich jetzt dann noch der medizin kassen da habe ich ein bisschen mehr auf gesammelt in den letzten ja misst ich esse die ganze zeit die giftigen bären eigentlich müsste ich die kaputt machen aber die sind immer so an blöden stellen so lässt hier noch da hinten ein wenig langsamer laufen ich mache hier noch ein kleines dörfchen wie es aussieht gegenüber genau bei den ureinwohnern die sind ja jetzt noch inaktiv bei mir so der will ein bisschen herunterrollen denn das lasse ich natürlich nicht zu ansonsten muss ich dann wieder überall hinlaufen so dann habe ich jetzt den medizin kasten oder einfach den schrank da da lege ich mal ein bisschen was hin mit c ja sieht aus wie ein schrank kommen einfach ein paar schottgläser hinein auf tun kann jetzt einfach durchgehend ein nach dem anderen hinein schlucken aber nach mehr sieht es noch nicht aus ich denke mal das wird auch noch ein bisschen geändert also es wird ja immer wieder nach nach welche patches hin nachkommen das finde ich auch gut so es gibt ja genug spiele da geht es ein monat bis mal etwas neues kommt und auch wenn es zum teil halt unfertig aussieht ein neues aber ja ein update macht das irgendwie dieses genau aus dieses spiel ja jetzt haben wir ein bisschen etwas gebaut zum glück ist jetzt der laser tier wieder raus kann ich wieder aktivieren da das ging ja vorher nichts wirklich so dann werde ich hier wieder aktivieren das feuerchen ja jetzt ist halt relativ hell und ja so den kann ich hier aufnehmen da habe ich ja vorhin getötet habe konnte denn nicht aufnehmen noch die bären dann haben wir jetzt eben mal ein bisschen was gebaut diese drei dinge plus noch der kasten da die zwei schränke hier noch und ich denke mal in der nächsten folge werde ich hier noch die hütte fertig bauen noch etwas zusätzliches ja eben wegen den folgen die werden immer ein bisschen unregelmäßig kommen denke ich mal ich hoffe ich kann nach dem nächsten patch noch hier weiterspielen ansonsten baue ich dann ja vielleicht werde ich der forest auch zu einem let's show um funktionieren da werde ich ein bisschen was bauen und dann euch zeigen was ich so gebaut habe ich weiß es noch nicht genau weil jetzt hat bei mir wieder die schule angefangen das studium und da wird es halt eben immer schwieriger werden mal kurz irgendwie ein paar folgen hintereinander aufzunehmen da ich auch während dem semester prüfungen habe und ja ich hoffe die folge hat euch gefallen und ja ich wünsche noch einen schönen tag und bis bald